Hey BVB und herzlich willkommen hier auf Currywurst und Dosen mit zu euren täglichen BVB News. Ja, der FC Chelsea, der lässt bei Erling Haaland einfach nicht locker. Und so kommt es, dass wir mal wieder in diesem Sommer über Erling Haaland sprechen. Und es gibt auch hier wieder neue Gerüchte, die wir uns hier einmal konkret anschauen. Der FC Chelsea hat Angebote der Premier League-Rivalen Aston Villa und West Ham United für Stürmer Tammy Aberan abgelehnt. Der Grund, die Blues wollen den Angreifer im Zuge des angestrebten Transfers von Erling Haaland an Borussia Dortmund abgeben. So schreibt es der Mirror. Demnach hätten Chelsea's Verantwortliche gegenüber den Abraham-Interessenten klar gemacht, dass der 23-Jährige für Haaland an den BVB abgegeben und so die enorm hohe Ablöse für den Norweger gedrückt werden solle. Abraham, der steht beim Champions-League-Sieger noch bis 2023 unter Vertrag. Seinen Marktwert taxieren die Blues auf mehr als 50 Millionen Euro. Eine Summe, die man beim BVB als deutlich zu hoch erachtet. Zumal Abraham unter Thomas Tuchel in den letzten Monaten der Vorsaison kaum eine Rolle spielte. Haaland hat in dieser Woche derweil das Training bei uns am BVB wieder aufgenommen. Um zu sehen, war heute über soziale Medien ein Elfmeterschießen gegen Gregor Kobel. Ja, also ich bin gespannt, welche Themen und Gerüchte es weiterhin um Erling Haaland gibt. Es nimmt anscheinend bis zum 31. August kein Ende. Gefühlt jeden Tag kommen neue Themen und Gerüchte, wo Erling Haaland schon unterschrieben haben soll. Ich bin mal wieder auf eure Meinung gespannt. Schreibt die gerne einmal in die Kommentare. Ja, geht euch mittlerweile diese Gerüchteküche auf den Sack oder sagt ihr, ach, ich nehme gerne noch das nächste Gerücht mit. Schreibt es gerne einmal in die Kommentare. Und wenn ihr weitere News und Themen rund um den BVB haben wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Und in dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und es heißt Heya BVB! Und in dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.